In einer Welt der unbegrenzten Möglichkeiten waren seine Möglichkeiten begrenzt. Brauchst du ein Werkzeug, um ein bisschen Liebe zu verbreiten? Bis sie in sein Leben trat. Ich kann Gedanken lesen, die Gedanken mancher Menschen. Und was für Menschen sind das? Männer. Um ein wenig Glück zu bringen. Der Narr. Dir mangelt es an finanziellen Mitteln, Kenntnissen und Anmach. 500 Riesen. Übertreibst du da nicht ein bisschen? Ey, das hat mir eine Behörde sogar schriftlich gegeben, Mann. Der Turm. Hinweise auf eine Krise und auf Chaos. Gefolgt von der Erleuchtung. Und jetzt werde ich gejagt. Kaum, dass ich meinen Hintern auch nur eine Sekunde lang auf die Straße rausbewege, will mich irgendjemand abknallen. Der Teufel. Ich hab meine Augen überall. Ich hab meine Ohren überall. Alles, was er wollte, war eine faire Chance. Schaut ab doch mal, lass die Scheiße. Alles, was er bekam, war der Kampf. Hallo, Daryl. In diesem Winter. Der ewige Verlierer. Ich kratz dich wie ein Arschloch ab. Eine zweite Chance. Gib mir die Diamanten. Nein! Lass die Karten fallen, wie sie wollen. Deck die nächste Karte auf und gib mir was Besseres. Caught ab. Hey, leg den Hut um deinen Bauch und entspann dich, okay?